Jill O'Farim, Dschungelcamp als Karriereausweg, bittere Worte von RTL Ist Jill O'Farims Karriere endgültig vorbei? Nicht einmal das Dschungelcamp will ihn nach seiner Antisemitismus-Lüge haben. Jill O'Farim, kann das Dschungelcamp ihn noch retten? Mit dieser Wendung hat wohl niemand gerechnet. Vor wenigen Tagen hat Jill O'Farim, 41, vor Gericht überraschend gestanden. Sich die schweren Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Leipziger Hotelmitarbeiter nur ausgedacht zu haben. Das Entsetzen ist groß und seine Karriere damit vorbei? Berong Bingül von Fischer Appelt, einer der führenden Kommunikationsagenturen in Deutschland, erklärt gegenüber Bild, Jill O'Farim wäre gut beraten, jetzt keine Sekunde über sein Image und Schoß nachzudenken. Er hat sich als Mensch verirrt. Er muss erst einmal als Mensch raus aus der Lügenwelt. Bislang schweigt der einst so gefeierte Musiker jedoch, hat sogar seinen Instagram-Account deaktiviert. Ein Fehler, findet Bingül. Es braucht eine Akutreaktion in den nächsten 48 Stunden. Sinngemäß. Ich bereue das, ich schäme mich, sage Entschuldigung. Ich muss erst mit mir selbst klarkommen. Das braucht einen Moment. Und dann werde ich mich erklären und mich auch kritischen Fragen stellen. Das geht aber nur, wenn er es ehrlich meint. Könnte es sein, dass Jill O'Farim schon bald im Dschungelcamp versucht, sein Image aufzupolieren? Schließlich ist schon so manch gefallener Starr in den australischen Busch gezogen. Statement von RTL spricht Bände. Dass wir Jill O'Farim schon bald im Dschungelcamp zu sehen bekommen, ist jedoch mehr als unwahrscheinlich. Auf eine mögliche Teilnahme des Sängers angesprochen, erklärt RTL, im Unterhaltungsbereich gibt es aktuell keine Pläne mit Jill O'Farim. Wenn der 41-Jährige also selbst im Dschungelcamp unerwünscht ist, welche Möglichkeiten hat er dann noch? Bereits vor seinem Geständnis lief es für Jill O'Farim beruflich mehr als schlecht. Engagements hatte er kaum noch. Lediglich in der RTL-Passion konnte er im April 2022 eine Mini-Rolle ergattern. Auch das Verhältnis zu seiner langjährigen Managerin Yvonne P. ist zerrüttetet. Nach seinem Geständnis sieht es nun noch schlechter aus. So ist auch sein letzter Tour-Veranstalter Jan Mewes, der im vergangenen Jahr noch mehrere Konzerte für ihn organisiert hat, geschockt, als ich von Gills' Geständnis vor Gericht gehört habe. war ich schockiert und menschlich schwer von ihm enttäuscht. Denn er hat nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch mich persönlich angelogen. Für mich ist momentan die Basis einer weiteren Zusammenarbeit nicht mehr gegeben.